Diejenigen, die ihr Gehirn nicht aktiv halten, die sie nicht weiterbilden oder selbst nach Informationen zu suchen, die sind auch diejenigen, die man ganz einfach ins Hirn scheißen kann. Ja, die kann man ganz einfach ins Hirn scheißen. Die gucken sich da die Filme an oder Hollywoodfilme oder schauen sich Mediasachen an, ja, glauben das und fühlen sich so sicher, dass alles stimmen muss, hinterfragen es nicht mehr. Ja, sie machen alles nach, sie denken wie sie, weil sie sich nicht fortgebildet haben. Und das ist auch eine Sache, die später, im späterem Alter zu Demenz führt und andere Krankheiten. Ist der Körper und das Gehirn nicht aktiv, so schaltet er auch langsam ab. Physisch wie auch psychisch.